Jetzt habe ich zwar keinen Ton, aber es ist nicht so schön. Nein, es kann nicht sein. Warte. Ohne Ton wäre es halt schade. Ja, das können wir ja so machen. Ehrlich? Nee. Na ja, kriegen wir hin. Ich habe hier auch zu viel. So, wir machen. Wir singen. Okay, also wir singen. Pass auf. Wir haben gerade eben hier schon darüber gesprochen, dass dein Album aus allem besteht, was man sich nur wünschen kann. Von Pop bis Schlager bis Country. Und jetzt kommt einer meiner persönlichen Favoriten. Das heißt mit dem Wind. Und es geht wieder um Country Musik. Und darauf freuen wir uns. Country mit Helene Fischer. 1, 2, 3, 4. Die Landschaft zieht vorbei. Aus den Boxen hören wir unsere Lieblingsband. Das Navi ignorieren und ne Ausfahrt nehmen, die wir noch nicht kennen. Es zieht uns dahin, wo das Leben spielt. Es zieht uns dahin, wo das Leben spielt. Die Straßen frei, der Weg ist unser Ziel. Die Sonne steht so hoch wie nie. Wenn alles Gute vor uns liegt, dann ziehen wir mit dem Wind. Egal wohin, egal wie weit, an jedem Ort zu Hause sein. Komm, ziehen wir mit dem Wind. Ein Blick über das Meer, sehen am Horizont schon neues Landbeginn. Der Sand in unseren Schuhen trägt uns dahin, wo die großen Wellen sind. Gravieren uns den Moment in unser Herz. Gravieren uns den Moment in unser Herz. Wir segeln los, da wartet so viel mehr. Die Sonne steht so hoch wie nie. Wenn alles Gute vor uns fliegt, dann ziehen wir mit dem Wind. Egal wohin, egal wie weit, an jedem Ort zu Hause sein. Komm, ziehen wir mit dem Wind. Durch jeden Sturm gemeinsam, wir teilen jedes Hochgefühl. Ganz egal, wo wir am Ende stehen, der Weg war immer unser Ziel. Und wenn die Tage sich noch gleich anfühlen, dann brauchen wir doch gar nicht viel. Die Sonne steht so hoch wie nie. Wenn alles Gute vor uns fliegt, dann ziehen wir mit dem Wind. Egal wohin, egal wie weit, an jedem Ort zu Hause sein. Komm, ziehen wir mit dem Wind. Oh, 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 oh. Komm, ziehen wir mit dem Wind. Oh, 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 oh. Egal wohin, egal wie weit, an jedem Ort zu Hause sein. Und ziehen wir mit dir in den Danke schön! Oh Gott! Vielen Dank! Mit dem Wind! Danke! Danke, Helene! Vielleicht kann jetzt jemand, wenn jemand das Gefühl hat in diesem Studio, er kennt sich mit Ton gut aus. Oder dann könnte jetzt jemand zu dir kommen und das noch mal kurz auswechseln. Das wäre eine ganz gute Idee.